Applaus 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 Und heute möchten wir noch unsere Soufflösen Moritz Jeprann und Lisa Serra Linderwey Applaus 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 Auf einen Dank geht an Dennis Semke als Gastrolle, als Wildschwein. Doch der größte Dank geht an Frau Gruner durch den Optimismus und ihre gute Laune hat es immer wieder geschafft, uns zu motivieren und somit das Stück zu dem gemacht, was es ist. Auch wenn wir es nicht immer einfach gemacht haben, hoffen wir, dass Ihnen die gemeinsame Zeit gefallen hat und in gut Erinnerung bleibt. Deshalb bitten wir Sie jetzt auch einmal auf die Bühne. Applaus Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr Donnerstag aufkommt zu der zweiten Aufführung von natürlich anderen Leuten gespielt wird. Danke. Applaus 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 Applaus